Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Testrunde sozusagen, denn ich habe jetzt erstens mein Mikro ein bisschen umgestellt, sodass die Qualität ein bisschen besser sein sollte eigentlich und ich habe 55 FPS eingestellt, das läuft. 60 gehen nicht, 55 schon, was weiß ich, lecke mich doch an, ihr wisst schon was. Ist jetzt ein bisschen blöd die Map, denn ich habe die noch nie gewonnen alleine, also 8x1 Mode ist echt ein bisschen nicht so ein Ding. Deshalb werde ich jetzt einfach mal in der Neu-Tag-Defe-Folge, anstatt auf die Gegner zu gehen, werde ich jetzt einfach in die Mitte gehen, yeah. Ich habe natürlich ein bisschen FPS sparen, da jetzt das alles eingestellt, nicht mehr Animationen alle an, sind ja eigentlich auch nötig fast alle. Und auch die Render-Dist von 8x6, aber wir sehen trotzdem noch nie. Ja, ich bin wirklich ein sehr schlauer Spieler. Ich versuche jetzt die Gegner so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, weil die dann so denken, ich wäre so ein kleiner Noob. Und dann rack ich die einfach alle, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ich doch kein Noob bin. Das ist so eine gute Taktik. Ja, ich weiß, was ich hier gerade baue. Das ist sozusagen eine Treppe, aber wenn die sich da dran sneaken wollen, weil ich werde das jetzt einfach drauf ganz hoch bauen, wenn die sich jetzt hier ran stellen und das abbauen, fahren sie runter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht oben da weit anfangen. So, ungefähr. Gut, dann hätten wir das auch mal. Also wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Test. Vielleicht ist die Mikroquali auch übelst scheiße. Könnte ja auch passieren. So von der Theorie her. Aber vielleicht bringt es ja wirklich was. Komm, ich versuche mir den hier zu holen. Der springt auch mit runter. Loll, er hat mich echt aufs Bett geboostet. Er hat mich aufs Bett geboostet. Ich habe gerade wieder nichts gesagt und wahrscheinlich richtig schwer geatmet, aber eigentlich sollte das Atmen auch weg sein. Er hat mich aufs Bett geboostet. Ich wäre fast runtergefallen, aber es war wirklich Millimeter knapp. Er geht direkt aufs nächste Team. Ich hole mir Gold. Oder gehe ich auch aufs Team? Könnte ich ja machen, theoretisch. Ich weiß nur nicht ganz, warum ich das machen sollte. Komm, jetzt muss ich mal Gold spawnen, sonst geht er noch auf mich. Ja, genau das wollte ich verhindern. Und genau, in dem Moment ist natürlich Gold gespawnt. Gold gespawnt. Und da kommt echt einer zu mir. Leckt mich. Nein. Die haben aber irgendwie gerade alle keinen Skin. Okay, da muss ich den eben... Oh, ne, den Stick brauche ich noch. Ich komme von vorne. Okay, Suizid hat er wohl noch nichts von gehört. Habe ich ihn noch... Ne, habe ich nicht. Okay, jetzt habe ich ihn. Oh, Mann. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber okay. Vielleicht können wir die Runde ja noch recht kurz halten und ein bisschen actionreich. Voll die unpassende Musik für Action. Aber mache ich ja nichts. So. Tschüss. Er schießt noch. Okay, ich bin weggekommen. War jetzt nicht wirklich knapp. Die haben alle keinen Skin. Warum? Warum? Es ist echt nicht schwierig, sich einen Skin zu holen. Also holen wir nichts. Ich habe meinen auch vor einer halben Ewigkeit mal auf irgendeiner Seite geholt. Weil ich den irgendwie cool fand. Und ich habe den halt seitdem nicht mehr gewechselt, weil ich mich nicht mit einem neuen Skin unfreunden möchte. Das soll schon meiner bleiben. Aber ich verstehe nicht, warum man gar keinen Skin hat. Es ist nicht schwierig... Oh, ne. Es ist nicht schwierig, sich einen Skin zu holen, vernünftigen. Oder auch nicht vernünftigen von mir. Es ist mir kackegal. Aber überhaupt ein Skin ist doch... Ist doch wenigstens mal ein Anfang. Und da ist er weg. Der hier trifft ja überhaupt nichts, der Weiße. Er kämpft und trifft gar nichts. Ich bin jetzt der Einzige, der dem auch irgendwie die Stirn bieten kann an sich. Oh, der Schwarze, der ist auch... Der ist auch aktiv dabei. Hat er den? Der Weiße ist einfach weggelaufen oder was? Der Weiße ist gar nicht mehr in der Mitte. Ist das sein Ernst? Er läuft aus der Mitte raus? Ja, mir soll es recht sein. Ne? Ist mir scheißegal, ob du in der Mitte bist, du dann nicht. Ah, jetzt kann ich Salz sagen. Ist nicht mein Nachteil. Und dieser Schwarze geht schon übelst ab, ne? Der geht übelst ab. Ich versuche jetzt überhaupt nicht mehr zu laut zu atmen. Ich halte die Luft an. Naja, wie auch immer. Also es ist so ein bisschen Verbesserungs-Stuff halt. Der wurde noch getötet. Äh, macht aber nichts. Ist ja nicht mein Problem. Der Weiße ist echt die ganze Zeit nur am Rumspammen, ne? Der hat nur nichts anderes... Der hat nichts geschafft an sich. Ich hinterlege mir einfach mal hier die Gold... Die 8 Gold-Stücke. Ja, wir sind bei 5 Minuten. Ne, Video kommt doch schnell. Ich will nicht an dem verrecken, an diesem Schwasten. Geh weg. So was verrecke ich nicht. Wir lassen einfach den Bogen da drin. Ich kaufe schon mal einen Pfeil am besten. So. Nicht, dass ich das dann viel später verkacke. Naja, der steht echt nur da und... Alter, meine Maus... Meine Hand schläft schon wieder ein, ne? Ich kann gerade nicht wirklich gut zielen. Ich habe nichts getroffen an sich gerade. Ich habe andere Probleme als dich. Meine Hand schläft ein. LOL. Das ist nichts zugebaut. Ich werde einfach fast runtergelatscht. Egal, ich brauche keine 4 Gold. Ich habe genug. Eine Hand muss aufwachen. Ganz dringend. Den Reier. Ich werde von 2 Seiten abgeschossen. Oh, ne, das kann nicht sein. Ey. Das war jetzt echt ein bisschen Target. Egal. Ich lasse einfach mal mein Equipment unangetoucht. Hol mir einfach mal... Warum? Sind das Spectator? Ist das dieses neue Not-Sheet-Plus-System? Oder was ist das? Das geht mir auf jeden Fall nicht nicht auf den Sack. Was auch immer es ist. Wehe, der schießt mich runter, der gelbe. Er hat einen Zweierbogen. Ich wette, mein Bett wird abgebaut. Das ist mal so. Oh. Okay, diesmal steht hier keiner. Ausnahmsweise mal. Vielleicht lassen sie mich ja dieses Mal in Ruhe. Ey, wenn die Runde sich jetzt noch lange zieht... Ich hasse lange Runden. Das ist unnötig. Lol. Er stellt sich da hin, nur um runtergeschossen zu werden. Habe ich so das Gefühl gerade gehabt. Er... Er opfert sich sozusagen, um mich runterzuschießen. Ja, dieser... Dieser Weiße regt einfach gerade mega auf. Das ist... Was soll denn sowas? Das ist doch... Das ist komplett sinnfrei einfach. Gibt der überhaupt noch? Das müsste doch der Lila... Mann, was soll denn sowas? Ich verstehe diesen Typen gerade nicht. Es ist einfach... Unnötig. Er ist die ganze Zeit nur am Spammen. Er ist am Rausspammen. Aus seiner Base. Er macht nichts anderes. Es ist leider so. Traurig, aber wahr. Mann, das kann nicht sein Ernst sein! Er ist die ganze Zeit nur am Spammen. Durchgehen. Er macht nichts anderes. Er schießt aus seiner Basis. Ich habe schon mal gesagt, dass ich solche Menschen hasse. Sie tun nichts. Sie tun einfach gar nichts. Und es gewinnen dann teilweise einfach noch wegen ihrem Equipment. Mann! Ach! Warum? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Warum tut er das? Warum? Er geht doch einem damit nur so auf die Eier und er weiß das auch. Oder er weiß das wahrscheinlich gar nicht. Er denkt sich einfach... Geil! Leute, die man unterschießen kann. Er holt sich nur Gold und geht dann wieder. Er macht nichts. Super, dass ich ihn nicht schlagen kann, weil er im Villager steht. Wirklich ganz toll. Dass er mich trotzdem schlagen kann. Ist ja auch ganz toll. Schade, er hat sein Bett leider... Also ich hätte es wahrscheinlich eher abbauen müssen. Wäre schlauer gewesen. Okay, der Schwarze macht das hoffentlich jetzt. Dann gehe ich mir einfach zu schwarz. Denn... Dieser Typ, ne? Ey, das ist nicht so ernst. Ich sterbe nicht. Super. Black. Hallo. Ich sterbe nicht. Hallo. Revi. Kann man noch schreiben? Ne. Alles. Alter, es liegt... Hä? Stürzt Revi irgendwie gerade ab? Oder was war das? Jetzt geht's wieder. Ich bin gerade einfach nicht verrückt. Normalerweise feiere ich jetzt... Hey, er geht einem so auf den Sack die ganze Zeit nur. Ja! Dieser kleine Noob. Jawohl. Und jetzt ist er raus. Geh sterben, kleiner Sack, Alter. Ey, endlich. Das war ja echt nicht zu ertragen mit so einem Menschen. Das ist ja echt schlimm. Ich habe auch das Gefühl, dass der Lila keine große Gefahr darstellt. Deshalb gehe ich einfach mal zu dem Schwarzen. Der Schwarze ist gefährlich. Auf jeden Fall. Lol, ich bin vom Block geglitscht. Egal. Ist egal. Zack. Ich kann auch erst den... Ich mache am besten erst den Lila einen Platz. Damit... Hallo! Hä? Was ist das denn gerade? Ich werde gleich gekickt fürs Flying. Ich hätte fast gerade... Ich musste eigentlich gerade unter mir den Weg abbauen an sich. Was ist denn heute los mit Revi? Okay, juckt ihn nicht. Juckt ihn echt nicht. Er hat einen Bogen. Aber benutzen muss man ihn ja nicht, ne? Ey, wenn ich den noch... Alter, dann hat der 0,5, ne? 0,5. Ah, okay. Jetzt haben wir ihn endlich. Jetzt kehrt hier wieder Friede ein in diese Welt. In diese Mini-Kraft-Welt. Ich sehe schon, das Video wird zu lang, um es heute hochzuladen. Mache ich dann über die Nacht oder sowas. Was weiß ich. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das hochladen soll. So. Keine Idee. Ich stelle mich mal lieber nicht direkt da hin, um hier ausgeschossen zu werden. Ich würde ihn jetzt gerne noch töten, um ehrlich zu sein, damit er mich nicht runterschießt. Schieße ich zu hoch, oder was mache ich? Hey, warum? Ich müsste doch jetzt eigentlich treffen. Geht's doch. Komm, er ist gleich down. Er ist gleich down, er ist gleich down, er ist gleich down. Komm. Auf die Fände ist schon so ein kleiner Heck. Jawohl. Alter. Drei Schüsse hintereinander, weg ist er. Ups, Dagger. Wo ist eigentlich der Schwarze? Der ist da hinten. Aber da ist gerade der Blaue am machen. Ne. Hä? Ah, schade. Hätte er es geschafft, das hätte ich jetzt gefeiert. Wäre halt für mich ein extrem guter Vorteil gewesen. Aber okay. Ähm, ich kann ihn auch noch jetzt platt machen. Muss halt jetzt auf den da hinten aufpassen. Okay, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt hat er verloren. Danke. Wo ist er hin? Okay, er hat die Runde einfach verlassen. Aber ich habe das Bett noch bekommen. Okay, jetzt müssen wir noch den einen letzten töten. Und dann kommt die Folge morgen. Ohne. Wie kommen wir nicht hoch? Oh Gott. Zehnmal hintereinander einfach fast verreckt. Okay. Okay. Ich hätte eigentlich Zeit, dass... Lol, was ist denn das gerade? Das ist nicht mein Internet, das ist Revi. Das ist unglaublich aus. Das ist Revi, der leckt. Beziehungsweise halt der Server von Revi. Also der Winzite.tv leckt. Kann man irgendwie falsch verstehen. Ich habe kein Essen dabei. Nice. Und... Stirb. Stirb. No re-equipped for you. Schnell, 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 schnell. Geschafft. Und ja, wir haben gewonnen. Letztendlich. Finally. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.